Einfach draufhalten, wenn er es ist. Ich kenn die ganzen Waffen halt nicht. Ja, nicht vertagen, Henne fragen. Der hat das studiert. Gelacht, ist das so. Also nicht offiziell, aber autodidaktisch halt. Jedenfalls beschwere ich mich bei jedem Spiel, was sie falsch verwendet. Weil die keine Ahnung haben. Das ist so traurig, wie wenig Spieleentwickler mein Wissen haben. Und ich lüge mich mal. Sie wissen, dass wir oben sind. Wo sind die Westen? Hier in dem Raum. Äh, wo denn? Achtung, die Drohne kommt hoch. Ist bei euch rein. Ja, die Drohne ist gescheuert. Hä? Kapsel. Noch eine da. Leute nicht wild rumballern, sondern auf die Drohne schießen. Ja, die hab ich auch. Einfach gezielt. In dem Moment, wo es schon drin ist. Wollen wir auch keine Hektik mehr machen, dann wissen sie eh, wo wir sind. Ja, Vorsicht. Weg durch den Gang, sonst sniben sie vom Dach. Raus aus dem Gang, Maddie. Die fließen über die Balkontüren. Ja, ja. Das Problem ist hier, es ist schwierig eine gescheite Position zu finden, mit der ich was anfangen kann. Der Feind wird gleich das Gebiet scannen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Jetzt wieder. Keiner wurde entdeckt. Geil. Der ist einfach zwei Besitz vielleicht. Das ist bei mir. Ja. Bei mir auch. Ja. Bei mir werden die Tür nicht verladen. Magazin wird geladen. Die hab ich... Boah, Alter. Ich wusste genau, dass ich wieder der Scheiß... Ich hab einen down. Drei Stück waren mal mit drin. Ja, der andere hat gleich die Tür nicht verladen. Ich hab den im Schild. Den kriegen wir so nicht, Atmer. Ich hab den im Schild bis hier, wo ich markiert habe. Cash, Achtung auf einem Schild jetzt. Der kann nicht schießen mit dem Schild. Das ist der mit einem riesen Stall. Der steht genau unter meiner Kamera. Ja, jetzt wurde... Er zielt mit der Waffe durch die auf die durchschießbare Bank. Jetzt kommt er wieder mit dem Schild. Kann ich hier durchschießen? Nee, Cash, du musst ihn irgendwie im Land schießen. Okay. Ein zweites Mann. Ich ziele und du gehst außen rum. Der andere sitzt unten gerade. Ich hab ihn markiert. Oh, fuck. Egal, Cash. Du guck dich einfach und lass ihn da stehen. Mal versteck dich. Versteck dich. Hast du eine Granate Cache? Äh... Wann kommt die Treppe? Ach du. Bleib deine Ecke oder geh in die andere Ecke. Ist mir egal. Geh irgendwo in die Ecke wo du sicher bist. Den Weg vor dir hab ich. Einer ist auf dem Balkon draußen. Mal den bei dir. Ja, der ist auf dem Balkon draußen. Ja, der ist auf der Atmung. Markiert. Buck ist immer noch unten. Ja, dem Schild ist auch noch bei uns oder kriegen wir den nicht. Der Schild hat jetzt einfach. Der Schild ist einfach eine Ecke bei uns. Ja, der scoutet euch. Der scoutet euch. Buck kommt die Treppe hoch. Vielleicht Achtung hinter dir, ne? Ich weiß noch nicht, mein Rücken ist ja geweckt. Ich guck jetzt gerade zur Tür aus, ja. Soll ich hinter mir? Ja, Ab ihn. Was? Ist immer noch einer draußen eigentlich? Er hat gerade das Schild zurückgenommen. Ja, immer noch einer auf dem Balkon, wo ich gerade markiert hab. Ja, ja. Jetzt reifen kann ich noch. Fuck. Wow, schießen nicht schlecht. Ja, die schießen nicht sehr schlecht. Berühmte letzte Worte, oder? Ja. So, jetzt noch David Schild übrig. Echt? Nur noch 15 Sekunden. Ja gut, aussitzen, aussitzen, aussitzen. Ja, ich weiß halt nicht wo der ist. Ich muss hüpfen. Ich... Jetzt zu zweit, alles gut. Oh ja, okay. Oh nein, was ist keiner? Das wäre saunlösig geworden. Das wäre so lustig gewesen. Oh, der wäre voll gereicht. Ja, jetzt hinter dem Cache hat ihn... Das war ein richtig smarter Move mit dem Dock wieder... Ach so, wow. Also er ist hinter ihm aufgestattet. Das dumme Nulles. Das war voll die Gicheri, ich hab dich erst runtergezogen. Das war richtig gut durchdacht, Alter. Das ist ja so lustig geworden. Ja, das war nur eine Sekunde zu früh. Wäre ein Schritt weiter auf Cache zu, hätte Timo nicht mehr im Blickwinkel gehabt. Stimmt. Sonst war das richtig gut. Das war richtig smart. Ja genau, das war geplant, Leute. Das war alles geplant. Welche Dinge wählen wir? Ist ein Stück? Ist erstmal egal, wir laufen eh aus und rum. Ähm... Kommt ihr drauf an, wo sie es hin. Ähm... Wir haben fucking Matchball, Leute. Ja. Stimmt. Die Cache nehmen wir es mit zwei Zweierwertungen. Nicht einen Verrüstungspunkt. Das ist One-Shot-Dame. Wo spont ihr denn? Ach so, ist random. Nimm erstmal einen Operator. Ist erstmal egal, ist erstmal egal. Ach so, cool. Mal alles gleich machen. Ach so, ich... Ja, sorry. Ich hab jetzt auch als überlegt, es kommt keine Meldung, aber... Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich das Ganze drunter um... Trash, 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 Trash... Was kann ich denn mit Schmau? Die hat ähm... Drohnen, mit denen du die Gegner lähmen kannst. Die sind unten. Wuhu! Schon gefunden, Alter. Das ist krass. Ah, die sind direkt auf euch, das liegt. Der liegt jetzt in der Link... Ah, da sind sie? Okay. Oh, ich bin übernommen. Kann ich hüpfen. Da liegt der... Der Moped-Fahrer. Hä, der eine ist EFL, oder? Heißt? Vielleicht spielt der gerade AFK Arena. Kann man wunderschön von oben reinfusen in diesen Raum? Ja. Direkt vom Dach aus. Ähm, drei Erdgeschoss, einer mit mir aufs Dach. Dach. Also ne, äh, Balkon. Ich hab Blendkanaten dabei, viele. Cool, ihr seid ja wohl ganz anders als ich. Ja, ganz entspannt. Erstmal vor mir. Wow. Alles klar, brennt da hoch. Hier ist ein Treffer, Alter. Ja, ich war cool. Wo ist der, der bei mir sein sollte? Ich bin auf dem Dach. Wieso stehe ich hier alleine? Ja, weil ich auf der anderen Seite gespawnt bin. Nein, nein. Alles klar, wir gehen hier rein und füllen runter. So bin ich. Da kommt direkt was Druck. Oh! Oh! Ach du Scheiße. Ach. Ja, ich auch. Gut, wir standen aber auch alle in gute eine Leine. Das war blöd. Oh Mann, ey. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Also das war ja Anfänger-like. Auf der Reihe da rein passiert. Und sich über den Haufen. Ich glaub, du hast gesagt, wir machen erstmal Druck. Ja, ich muss, aber ihr müsst doch decken. Wow. Wo habt ihr hingekriegt, Leute? Das ist ja alles. Das ist euer Job, mich zu decken, wenn ich fuse. Und nicht aufs Boden zu gucken mit mir. Ich kann was lassen. Ja, fuck. Ah, die sind oben. Die sind alle oben jetzt. Scheiße. Hey, der schritt sich mal. Ja, die sind jetzt dermaßen durchs Haus gerannt und haben einfach nur noch weggesnackt. Fuck. Luke ist unten. Hast du da als Repetivo? Du könntest die Treppe runtergehen und dann... Ich hab Blick auf die Treppe. Im Moment seh ich... Ja, alle. Achso. Ja, aber es ist meine Drohne, die ich da hingelegt hab. Okay, das war... Das war richtig peinlich, genau. Boah! Das war aber auch... Der eine ist aber auch wie ein Wahnsinniger grad durchs ganze Haus gerannt und hat alleine alle weggefegt. Ja, das war nur der eine, ne? Ja. Die anderen waren nach wie vor schlecht. Ja, aber das war der Runner. Ja. Wenn der einen Runner spielt, das ist völlig normale Taktik. Jetzt haben wir uns einfach... Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen nochmal zu den Ruinen. Wenn man bei den Ruinen go... Ruinen, okay. Weil das ist die Backseite vom Haus. Da kommt man am schnellsten auf den Balkon. Haupteingang, das ist für den Arsch, weil da musst du den ganzen Autos gehen lassen. Ja, ich mach nur Ash, Twitch oder Fuel. Ash ist auch okay. Ash hat halten, ja. Ash hat null Rüstung. Achso, oh. Ja, echt krass. Ja, noch geht's. Noch kannst du wechseln. Wie viel Rüstung hat denn Twitch? Ja, Twitch 2 oder was? Ja. Oh krass. Wir müssen eine Bombe aufschwirren. Also da haben wir eben Golden Game versämmelt. Ja. War ein bisschen zu euphorisch nach der 2-0-Führung. Verteidigen ist immer leichter als angreifend. Wir haben, glaub ich, noch nie mit Startführung gewonnen. Oh. Einer endete mit diesen 40.000 Mal Matchplan. Oben ist ein Störsender. Oben. Ja. Die sind auch oben. Nix. Ja, nix mehr. Nee. Kann man nix mehr machen. Du hast es knapp zu spät gesagt. Ich konnte nicht mehr reagieren. Ich hab einen Fall. Die haben einen Boomhminen auf der Treppe geblieben. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. So. Was haben wir? Jetzt machen wir ein bisschen mehr Koordination. Und nicht voll reinrennen. Ja. Mit mir hoch geht die Gute mit den Knallerminen. Timo. Flasher-Tante geht mit mir. Jupp. Und die anderen? Ich mach ihn voll. Ich mach ihn voll. Ich mach ihn voll. Ich mach ihn voll. Ich mach ihn ganz hoch erst. Warte mal erst mal Kamera. Das ist auch nicht schlecht. Da hinten ist eine Cam. Die hole ich gleich. Die sollen uns ruhig mal aufs Dach gehen sehen. Die waren jetzt oben, oder? Nö. Ja. Die waren oben, genau. Achtung, ich schieß hier mal provokant einfach ein paar Löcher rein. Macht mal unten ein bisschen spaßlichen Druck. Wir wissen, wo die Bombe ist, Leute. Okay. Das geht's. Wir haben uns gegenüber verbessert, Timo. Siehst das? Ja, ich seh's. Die Wand, auf der wir hoch sind, auf der Seite ist verstärkt. Soll man hier natürlich ein Null einschicken? Kann er ein Loch rein sprengen, wenn ich hier runter komm? Jaaa. Irgendwie die Drohne. Kann ich durchfügen. Hier ist voll verstärkt. So, sie sind jetzt ein bisschen, ähm, auf oben. Gesegnet eine Mikrozelle, oder irgendwas. Irgendeinen Scheiß. Ich weiß nicht, was es ist. Wir müssen zwei ein. Weißt du, was es ist, Manni? Ich... Hennig, das geht ich jetzt mal. Unter mir rennen sie rum. Ja, wir sind hier mal ein bisschen was. Zieh die mal ein bisschen rüber. Ich komm nicht ran. Wir bleiben hier. Ah, ich bin da. Die sind hier unten. Die sind hier. Ich komm nicht da ran. Die sind aber hier. Der Hörsender ist weg. Aber ich hab keine Ahnung. Der Hörsender erwischt. Von wo haben sie dich, Timo? Ja, an der Wand. Die verstärkt. Jetzt bin ich runter gegangen. Wollte da nem platzieren. Ja, aber von wo? Und es kam aus den, äh, Wänden rechts und links. Also aus dem Balkon, wo man reingucken. Ach, das gibt's doch nicht. Wieso sitzt der denn da? Ah, Mann. Ja, der hat... Ach. Das ist halt genau das Problem bei der Verteidigung. Du kannst an irgendwelchen Ecken sitzen und kämpfen, wo man es nicht erwartet. Rechts in der Tür. Rechts in der Tür in der Backstange Schloss. Wenn du jetzt reinrätst, jetzt guckt er auf dich. Er guckt auf dich. Ja. Hä? Okay. Er guckt auf dich. Du musst da jetzt... Ach. Ja, das hat mir eigentlich... Wir haben da einen angenutzt. Es bleiben noch 10 Sekunden. Wenn es dieser eine Tür ist, aber... Ja, das war jetzt ein anderer Tür. Vorher war es dieser Fruschi. Ah! Der hat seine Belegung gefallen. Er hat den Belegung gefallen. Der ist Strike-Ber, der hat noch viel gemacht. Hat sein Kollege nicht gerusht. Ja. Ich glaube, es ist ein schlechter der Offense. Ja, es ist... Koordiniert muss das sein. Auch mehr als das andere. Egal. Wir haben ja jetzt nochmal. Komm. Nein, jetzt müssen wir nochmal Offense machen. Ja. Aber ich glaube, es ist kein... Ja, aber es ist ein schlechter der gegangen ist. Ähm. Wir müssen jetzt glaube ich... Wir müssen bei dem Haus zusammen bleiben. Es bringt nichts. Wir versuchen sie einzukreisen. Ich spiele jetzt meine Lieblings-Tossi da, die diese Dings hat. Hat keinen Wert. Die kann, ähm... Ach, wie heißt das? Die Elo. Ja, die Elo ist nice. Genau, die die Illusionen erzeugt. Weil die verteilen sich im ganzen Haus und... Leute, was macht ihr mit Haupteingang? Ist doch egal. Ne, ist nicht. Ihr habt den weitesten Weg gewonnen. Die müssen, dass eine Zeit fehlt, wenn ich 20 Sekunden zum Haus brauche. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzusehen. Oh, hier ist direkt die Bombe, Leute. Ja. Direkt am Haupteingang rechts ist die Bombe. Rechts. Ich konnte sie nicht mehr kriegen, aber rechts am Haupteingang ist die Bombe. Also Küche. Ja. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Atma, bist du da? Ja. Bei dir ist die... Ja, jetzt besitze ich sie dir. Aber mal kurz am Handy. Ah, da sind da vier drin. Okay, die sind alle da. Ja, gut, das ist richtig am Haupteingang direkt. So. Die Küche ist auch direkt an der Treppe nach oben, ne? Also ist Haupteingang gut? Ja. Ähm, damit haben wir es jetzt am nächsten. Den größten Weg. Aber, ähm, das Problem ist, dass wir genau gerade auf sie zulaufen. Was für eine Scheißidee ist. Wer ist bei dir? Weiß das Dämon? Ähm, auswendig leider weiß ich sowas nicht. Hab ich. Sehr gut. Darf ich, äh, Martin? Kannst du bitte mal ein Loch sprengen in die Tür? Oder irgendwie aufmachen? Ja, kann ich. Sag, wenn es offen ist komplett. Ich mach ein großes Loch rein. Achtung, jetzt. Ich muss komplett auf sein. Komm. Wieso muss die komplett auf sein? Das ist ja ein großes Loch. Damit ich mit meinem Holo rein kann. Achso. Guck mal, wie die sind. Ich wurde... Ich bin auf dem Balkon hier unter uns. Ich bin auf dem Balkon hier unter uns. Ich bin auf dem Balkon hier unter uns. Ja, ich hab gar nicht gecheckt, ob ich her komme. Oh, ist ein D-Check-Vault. Da rechts waren welche oder? War da keiner? Hättest du nicht hier mal reinfließen können? Hier pieps was und klonkt was und klingelt was. den annäherungsalarm war das hast du jetzt meine kleine gesprengt du bist auch ein schlauer und dann der liegt auf dem boden aber der kann eigentlich nicht mehr leben hat irgendeine granate von mir abbekommen drücken wir weiter vor art mal folgen ich höre hier irgendwie stell sender oder doch jetzt doch die bombe war irgendwo ja direkt unter uns wir treiben die aus ihrer scheiße der weg ist genau liegt doch immer noch da oder immer noch ich weiß nicht wieder überlebt von wo bin ich denn jetzt getroffen worden links 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 neben dem automaten diese zwei dinger die schwarzen da ist er dahinter ach da hinten aus dem fenster ach scheiße das gibt es noch nicht da ist noch ein fenster ja weil ich dachte das kann nicht sein weil der wird du kriegst du kriegst du kriegst eine nachricht wenn jemand draußen vor der tür sitzt ja wir haben uns aber auch wieder für getrennt die sache die sind zu sehr verteilt als dass wir da einzeln durch die gegend laufen wir müssen zusammen bleiben das ist ja aber trotzdem beim zweier wird einer erledigt ist das zweier team im arsch ja aber bei den zweier wurde keiner erledigt doch wird am ende auch ja aber das hat funktioniert bis zu dem punkt wir haben einen job gemacht und hier euren nee das hat er nicht funktioniert ja weil wir jetzt eine taktik diskussion führen nein mit dir nicht weil da bist du zu stur ja wenn man nicht rufen müssen und keinen zeitdruck haben der defense ist es so chillig ja ich weiß ja das problem ist die waren in dem ganzen haus überall verteilt und die konnten uns komplett auseinander nehmen weil wir nicht ja je weniger man ist desto weniger kann man alle ecken abdecken und das haus ist dafür einfach zu offen zwei mann reichen aber pro raum ja nicht so wie die durch die gegend rennen doch er hat's ja gesehen dass es nie reicht ja aber das lag nicht an der mannstärke mich haben sie erst gekriegt und hat mal zu unten die treppe runter in den schlur gerannt sind haben wir zuerst gekriegt oder erst im stand ja ja ich hab lieber erster tag hm 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 hm